Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fische! Riesenfische! Riesenfische! Das ist ein... Oh Gott! Du siehst erst jetzt... Was ist ein Wal? Ein Hai! Reißen die nicht die Enten an? Hörst du, dass euer Handy nicht heimfliegt? Gebt mal eure alles Handyschmasse weg! Aber du hast keine... Darf man überhaupt hier hin? Ja! Ich hörte eben... Okay, hier ist gar nichts einfach! Aber das Wasser ist richtig schön! Ja... Guck, davon werden die Tiere... Ich weiß! Viele schmeißen einfach Müll! Ich weiß! Voll fliebe... Ich auch! Ja... Weil ich kann nicht schwimmen! Wer weiß denn die heißen Fische, die hier schwimmen? Die heißen Fische! Nee! Die haben auch einen Namen! Eine Acht! Also der bunte da zum Beispiel! Das ist ein Koi! Der roter Weißer! Ein Koi! Das ist der Planischer Fisch! Und diese... Hört mir mal zu! Wer weiß was für Fische das sind? Ich erklär das gerade! Schöne Fische sind das! Der Rot-Weiß ist ein Koi! Ja, hier auch mit den langen Flossen! Ein Koi! Das ist der langen Flossen! Wohle ist ein Koi! Und wir werden auch mit dem Koi! Vielen Dank.